Grüßt euch! Oh, hi. Ich würde jetzt ja auch gern so... Ja, Tommy, ich würde jetzt zwar auch gern so hoch was sagen, aber das geht nicht, das hört man mich nicht mehr, denn ich bin heiser. Daniel ist heiser, ich bin krank, Daniel ist krank, deswegen ist das auch der Grund, warum wir alle so lange jetzt nichts gemacht haben, wofür wir uns einigermaßen entschuldigen. Ja, wie immer. Aber diesmal haben wir wenigstens einen Grund. Wenn ich zumindest irgendwie mal kurz weg bin, tontechnisch, dann liegt das daran, weil ich keinen Ton rausbekomme. Und wir schließen schon gerade wieder wetten ab, wer als nächstes krank ist, weil wir ja, wie gesagt, dann einen Sticherschlauch nuckeln und wo zum Teufel sind wir? Äh, wir waren... Oh, das war falsch. Bisschen falsch, in Ordnung, ja. Ähm, ich bin hier lang, genau. Ähm, wir sind noch in der Pirates Cove auf dem Weg zum Ambrose, ja. Und ich glaube, ich muss jetzt hier in eine Falle reinlaufen. Oder auch nicht. Das war's für eine Falle, oh. Da sind noch Typen drin, die da auch was schmeißen, oder? Na, der ist wieder mal interessanter. Die stehen beide recht interessant da, ja. Ich glaube, ich probiere jetzt einfach mal was anderes. Haste? Ja. Ja. Du weißt schon, wenn die nicht so flühen, dann wird das ungesund in den Nahkampf ein bisschen. Ich weiß ja. Aber deswegen habe ich ja Headpacks mehr als genug. Muharr. So. Boah. TNT. Ich hätte auch draufschießen können. Will ich zuerst hier rein? Ich kann da gar nichts rein, schau her. Stimmt, das ist nämlich jammed. Oh, wie schlau die das gemacht haben. Ähm. Aber ich bin viel schlauer. Nein, bin ich nicht. Ha. Geh mir doch einfach mal... Nein, ich blitz da rein. Ach, ist mir egal. Ich brauch das Headpack nicht so. Boah. Schaut fast aus, als ob ein Bros bald kommt. Ist das ein Fisch? Ja, renn nur weg. Aua. Nein! Ah, okay. Ich habe mir das immer wieder so eine komische Frau gewesen. Ha. Will ich zuerst hier lang? Oder woanders? Ach, sind Seesterne und Fische. Fisch, ich will den Fischen nehmen. Das ist bestimmt eine Mörderwaffe. Mua. Oh, blablabla. Nico. So viel ist so dumm. Kennst du diese Fische, die an der Wand hängen, die ein Lied singen, wenn du vorbeiläufst? Will ich das wissen? Ich weiß nicht. Ich würde jetzt gerne singen, aber ich kann nichts singen. Was ist... Ist meine Stimme wieder weg. Ein Fisch. Da ist ein Seestern. Ja, was, wo? Da! So. Dann geht's mal hier weiter, ne? Ich habe gesehen, da ist jemand. Aua. Oh, sehr gut. Das hätte ich vielleicht vorhin bei den anderen auch machen sollen. Dann wäre vielleicht früher X gegangen. Sag mir, die, 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 die Pies sacken mich doch hier. Die mobben dich. Ja. Ich hoffe, ich bin morgen auf Arbeit so. Ich habe noch bis Mittwoch frei. Weißt du, das schreit eigentlich nach Haste, oder? Wie unfreundlich. Schreit sehr nach Haste, ja. Und, ähm, du solltest das Ding vorher noch aufmachen. Like! Mehr Mana! Au! Aber das war's mir wert. Großer Schmerz! Uh! Wie viel habe ich noch von den... ...mach mich Heil-Düngern? 14 Stück. Uhu! So, blieb ich nicht. Kann man das, kann man nicht machen. Das hat jetzt alles gut umgeschießt, oder? Wow, cool. Einfach. Wow! Lol, du schießt durch die Wand. Das ist cool. Finde ich jetzt. Man hat, ne, wir Wallhead genau. Sammen genau so wie die anderen. Die wie die geilen Mönche da, ne? Zappel-Philippe. Aber die haben noch so cool mit dem Stab zugeschlagen. Zappel-Philippinos. Oh, lo, 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 lo! Boah! Shisha ist gut für unseren Reis. Ja, und trotzdem rauchen wir. Ähm, ich will hier jetzt nicht schießen. Weil wir es können. Ich glaube, ein Schuss wäre hier fatal. Aber ich glaube, ich komme nicht drumrum. Dann versteck dich mal irgendwo. Schießt da an die Ecke. So. Ah, shit. Das ist auch nicht, Alter. Mach ich jetzt auch, ja. Äh, nö, Domi. Dann würde ich mich doch etwas weiter nach hinten zurückbegeben. So. Wohin? Genau. Ja, nochmal. Die Tür halt gehen. Nicht da hocken bleiben. Kann ich denn zurückgehen? Da halt ungefähr. Ich glaube, da wird es jetzt nicht so. Okay, probieren wir es mal. Ähm, das will ich auch mal glauben. Ah! So! Wo müssen wir da hin, dann? Ähm. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Können wir einfach nur das hier in die Luft sprengen? Oi. Ja, wir können. Oh. Was passiert jetzt? Herein. Oh, nee. Ist es das, worauf Zeit geht? Damn, Rose! Ich bin bereit, um zu interferieren. Ich bin bereit, keine Bade. Wir krumm jetzt in so einer Art Gaskammer drüben, irgendwann. Gas! Oh, das ist ja sogar scheiße. Ja, da sitzt wir, Frosch. Tss. Waaack. So, das wird scheiße. Das wird kacke hier. Das geht jetzt auf Zeit. Ja, jetzt kommt Kacke da an hier. Tss. Tss. Ich hab mich kacke gemacht, so. Hast du so kacke gemacht? Oh, das ist so ein schlechtes Niveau. Niveau? Ist keine Handcreme. Wie heißt das irgendwie sowas? Ne, wie. Ja. Genau, dann kommt es nämlich diesen coolen, coolen Zauber, den ich schon seit Ewigkeiten haben möchte. Dem ich glaube, wir brauchen noch fast das Dynamit. Aber wenn alles gut läuft, müssen wir uns bloß da durchbomben und das war's dann. Äh, ist das bloß eine Schiffsfigur, oder? Ja. Mit einem ziemlich interessanten Mund. Ah, ich will diesen Zauber haben. Flickst du aber nicht. Skullstorm. Ja. Der ist ja toll. Ja. Nein. um aber auch so ist die stelle war gar nicht so schlimm ich dachte das ist das entgefeuer vorgablichen doch so aufpassen zu ich lieb die vier hochkunden ja ich will wissen und die 15 braucht es Pro... Pro Skal. Wenn Sie den neuen Angriff zaubern! Jaaa! Oh, wir müssen uns gleich den Bros killen! Wir sind jetzt gleich am Ende von meinem Bros. Achja, wir haben ja hier ein... Ist die Kohle richtig drauf oder dauert die ziemlich lange zum Anzünden? Oder ist die Kohle überhaupt an? Nein! Machst du die mal schnell an, bitte? Daniel? Die ist nicht richtig an! Die ist schon an, aber nicht richtig! Du solltest eine nicht angezündete Kohle nicht auf einen fertig vorbereiteten Topf legen! Lass mich das mal lesen! Frau! Jaaa! Ich hab grad grad keine... Was? Nein, ich hab grad grad keine Zeit mit... So! Entschuldigung, ich grunze! Ich vertröde hier mal kurz Zeit, bis der Domi wieder da ist! Oh, ich muss lachen, aber da muss ich wusten! Das ist selber schuldig, hallo! Oh mein Gott! Ah! Göttlich! Oh, die sind so knuffig! So! Genau! Genau, aber wir kommen jetzt gleich zu Ambrose! Tolle Zwischensequenz mit dem Gazzabar Stone! Ich weiß gar nicht, ob ich grad nach oben muss, oder nicht! Ich weiß gar nicht, ob ich grad nach oben muss, oder nicht! Das ist so knuffig! 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 Oh, gut! Du hast zurückgekehrt! Jeremiah hat dich gefragt. Er ist in der großen Halle wartet. Also, der Jeremiah wartet in der großen Halle auf uns! So, Domi, schick dich mal! Ich will echt nicht unbedingt so weitermachen! Das läuft doch schon links drauf, das Teil! Ich lege das Teil drauf! Ich lege das Teil drauf! Ich lege das Teil drauf! Ah! Oh, da oben fliegen jetzt gleich wieder blöde Viecher durch. Genau! Das ist vielleicht keine gute Idee im Nackern! Es läuft aber doch hoch! Äh, nein! Boah! Da wirst du ja wahnsinnig! Mehr! Du hast Double Shot und die leben noch! Ich will das Ding! Ah! Jetzt sieh ich erwischt! Schlauch! Okay. So, ich speicher jetzt mal. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Endgegner. Äh. Der lässt dich aber nicht rein. Das finde ich jetzt aber gemein. Äh, ja, wie wär's denn, wenn ich durch diese Doppeltür hier geh? Geh so, Frau. Oh, wir sind Männer. Also, ja, aber... Es ist gut, dass du dich auf und auf. Wahrscheinlich. Es fühlt sich so, dass ich noch nie lebt. Ich bin trotzdem ziemlich weich, aber... Komm, sitz nahe und erzähl mir, welche Probleme meine Zähnungen最近 haben. Ah, ja, Bruder. Ah, ja, Bruder. Was ist deine Familie? Was ist deine Familie this time? Let's remember who started this whole thing, Jeremiah. A pity you're so weak you can't finish it. Why'd you bring an outsider into family matters? Afraid you can't stop what you initiated? You, give me the stone around your neck. Or I'll kill your dear friend right here and now. No, Patrick, don't do it! I must, Jeremiah. I owe you me life. Ambrose, the only way you'll get this stone is by letting Jeremiah go. You're in no position to bargain with me, outsider. Give me the stone, or my brother here gets a trip to the family mausoleum. Fine. Here's the stone. Now let him go. He's not part of this fight. Here's where you're wrong. You're a stranger to a fight that's over two decades old. Jeremiah has everything to do with this fight. What's wrong with this fight? What's wrong with this fight? You were the come in for a long time, big brother. Now fool, you will taste the power of a real king. You will taste the power of a real king. This is fun, man. Ich muss ihm immer mehr zubereilen. Gott, voll der Oger. Ich weiß, was ich mir mit dem besiegt. Er ist auch nicht. Äh? Mmh, instant kill. Bye.